ich habe ich habe jetzt gedacht ich mache heute ein paar Wege wie du siehst und vielleicht kann ich dann auch irgendwann mal diesen Eingang machen ich meine ich habe ja nie mit mir mal runter gelernt habe dann ein paar Tests in der Map auch herangeführt und so weiter und so fort irgendwie guck mal kurz bei Brünnberg kann sich an die letzte Aufnahme erinnern hängt die dort immer noch ab ja bestimmt war eine Spinne gerade im Fenster nee äh guck mal ich bin irgendwie blöd ne ja ich seh es geht in die Schmiede ach halt die Klappe ich weiß aber schon wie ich das jetzt mache ich mache jetzt hier so eine Platte Platti Platti Form und dann geht es nämlich seitlich hoch hier da aber das Problem gelöst ganz auf gute Frage Netzfragen posten die Blüte sich das Problem Prozent hattest du irgendwie Prozent ich nicht ob ich irgendwelche Themen vorbereitet ja doch nein nein doch hattest du irgendwie was was du besonders ansprechen wollte sind diese Aufnahme Session weil wir haben uns vorhin ja noch mal unterhalten vor der Aufnahme Session aber da haben wir dann irgendwie den Faden verloren okay gut gut Knut bin mal gespannt wie die Aufnahme Session hier ankommt wo wir so nebeneinander sitzen und wie hinterher alles ist in der Bearbeitung muss ich ganz ehrlich sagen habe ich ja auch noch nie gemacht so derartig ist ja auch für mich Neuland gerade Hashtag Neuland Hashtag Freiheit das Thema ist ja glaube ich schon durchgenudelt jetzt mittlerweile ihr wisst ja wahrscheinlich schon alle Bescheid was Hashtag Freiheit bedeutet und es trifft ja auf uns nicht zu ne ich würde auch niemals kein Urteil an Hauptsache Hauptsache oh scheiße ich übersteuern Entschuldigung Hauptsache sie explodiert weiße oder ein Krieger ist explodiert und in dem Moment liegt sie vom Server und ich sehe das im Augenwinkel wie sie vom Server fliegt kurze drauf Prozent kurzer drauf ist der Krippel in die Luft gegangen ich hoffe du bist nicht gestorben der war auch hier irgendwo in der Nähe ich weiß jetzt leider nur nicht wo direkt vor unserer Tür okay also wieder entspannen wenn du aus nach Hauskampfst der Krippel der Versicherungsvertreter explodiert ich wollte ihm aber auf die Sicherung der Hüfen ach nee war schon wieder mein Papa unterwegs oder was ach so so weiß nicht ne jo bestimmt auch andere äh von den Zuschauern ähm na Eltern oder Bekannte die die Kamriensvertreter sind oh mein Gott tut mir leid ich weiß genau wie es ist bitte geht in die psychologische Betreuung nein Quatsch nein man braucht es psychologische Diets Palooza LP ist für sie jederzeit da weißt du auch wie das ist du weißt doch wie das ist Baby ich weiß nicht das wenn nichts wird 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 wenn nichts wurde wurde Kurde und wem ist nichts gelungen geht zu den Versicherungen genau zu den Versicherungen so bei den Nibelungen in den Versicherungen oh mich greift was an was denn wieso ist es dunkel und nicht wer greift dich ab ich muss schon wieder husten tut mir leid liebe Freunde das tut mir echt leid euch sagen das macht langsam echt keinen Spaß mehr mit dem Musstengedöns ätzend ekelhaft so jetzt haben wir schon mal hier einen Weg guck mal ich fände hier rum wie so ein oft bescheuchtes Hund ey ich will eigentlich nur was kraften ja aber wie du siehst hier ist jetzt der Weg so tak 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 geht's hier so runter dann geht's hier rechts rum durch die Zombie Apokalypse jetzt muss ich hier noch den Weg runter bauen und dann bis dahin okay aber ich brauch glaube ich noch ein bisschen mehr Holz ja 22 Slaps noch wisse was machen wir doch mal eben ich brauche Holz ich stelle es mir einfach mal hier in die Craftingbox rein vorüber gehen und dann passt das schon achso und danke nochmal an dieser Stelle für das Kommentar von Megastern guck mal hier mit den zwei Tipps die er mir gegeben hat einmal mit der mit der Leiter dass man da stehen bleiben kann habe ich dann direkt am selben Tage noch ausprobiert nachdem ich das Kommentar gelesen habe total toll wusste ich noch gar nicht danke für den Tipp für den Hinweis wie auch immer und Prozent hier danke für um bis das andere noch mal um was mit also mit dem mehr genommen den Kraft mit den Teilen um wie auch ausprobiert aber es war nicht die rechte sondern linke Maustaste aber dennoch danke dafür und jetzt schreiben wir hier auch mal in den Wache M ja ja versprochen ist versprochen Wache M Sternen Gucker so liebe Freunde er wollte es nämlich mit seinem Minecraft Namen dann lieber haben damit es dann auch auf dieses Schild drauf passt und das haben wir jetzt getan jetzt heißt er Wache M Stern Gucker jeder weiß ja natürlich wer gemeint ist unser guter und treuster Abonnent würde ich schon beinahe sagen oder was meinst du ja natürlich ich widerspreche dir nie ich bin bloß gerade konzentriert am Kuppel habt ihr das gehört sie widerspricht mir nie ich widerspricht mir nie verdammt ich dachte sie merkt es nicht weil sie gerade konzentriert ist es bleibt dieses Lachen und um die BB für da ist er die andere tipp im übrigen zeichnen wir noch mal komme ich zwischen dir zwar haben wir jetzt hier 64 holzene jetzt die linke Maustaste und dann teilt er das automatisch wenn ich jetzt hier noch drüber fahre dann teilt er das auch so lange bis es gleich viel ist überall eigentlich ganz praktisch gucke jetzt liegen überall 10 ich weiß zwar nicht ob ich so viele Treppen brauche aber ist egal wenn nicht muss ich mir halt noch ein bisschen Holz ranschaffen B schaffen, Renn schaffen, Rann karen nachdem wie man es sehen will so hier das verrottete Fleisch kommt mal raus dafür gehe ich jetzt das hier mit Wodle meine lieben Liebenden wer hat das immer noch mal gesagt hier meine lieben Liebenden ja mit Prisco Schneider ne ja hieß die Rolle ich kann das gar nicht suchen halt meine lieben Liebenden ja Wodle das hat nie existiert dieses Kapitel dieses Kapitel in dein Leben oder wie ja wo denn sonst mhm ich möchte ein schönes Beistelltisch hier Beistelltisch für dieses Bettchen dann muss ich hier aber erstmal noch mal nicht entscheiden geht das? nö sag doch nicht einfach nö du weißt du nö aber nö nö aber nö da geht wir waren jetzt gerade nicht sicher flupflup flupflupflupflupflupflupflup komm her meine Zuckerpuppe nö sagte nö sag schon um nie erlaubt nie den Stuhl ich hatte doch so in der Höhle die Jahre gebaut Dinger fürs Bett du meinst die Coffee Tables die Kieger die 20 meint ist die ja ich weiß ja wenn man zurückfliegen gucken gehen ja ja mit oder ohne Nitro mit Nitro ja wir sind jetzt so lange auf Nitro war es nicht mehr geflogen jetzt muss der mal wieder reingeritten werden auch schon wieder schwarzen Wolken hier aber die konnte man auch stellen hat auch mir gestern gesagt das wollte ich eigentlich vor der Aufnahme noch geguckt haben muss ich dann nächstes mal machen habe ich jetzt mal wieder nicht daran gedacht naja mein Gott ich gehe mal spontan in die Aufnahme das weißt du mittlerweile und das hast du jetzt auch gerade gesehen ja der Chaot vom Dienst ne von wegen laut hier gebt gleich äh scheiße da ich habe jetzt gerade vergessen wo Nitro was ein Landeplatz hat naja was will man machen wenn man alt ist Nitro was und Betro was nee nee was soll das denn heißen wenn man alt ist achso und ja ihr seht ja gerade hier ne ganz viele Marker Points das wäre niemandem aufgefallen wenn du es nicht verraten willst ja das wäre wohl aufgefallen weil ich gerade rausgezoomt habe und dann auf einmal so viele Marker da waren ja ich war das ich war das ich bin ich hatte einmal wollte ich über die Landschaft fliegen ohne rauszufallen und bin dann einfach mal so eine Runde geflogen das habe ich gutherziger Mensch ja natürlich gesagt ja komm mach ja und irgendwann wenn wir mal Zeit haben wird der Markt das euch dann mal zeigen was ich da so entdeckt hab was machst du denn da keine Ahnung weil ich kann da ja eh nicht hin weil sobald ich hab das versucht sobald ich das über meinen Laptop mache mit meinen mit meiner Spielfigur da komme ich zehn Meter weit also eine Minute vielleicht zwei Minuten und dann fliege ich raus und satt geht's weg deswegen hab ich das da ich hab da mal was vorbereitet ich hab euch da mal so ein paar schöne Äckchen markiert und die Kanada aber auch noch mal zeigen werde ich tun bei Gelegenheit was macht nicht was hier hallo ich im Baum schlafen hier die wird nicht hier ist ein Landeplatz Elbe bis ab vorbei du blöde Pisser was ist mit dir los ja mein Gott keine Ahnung wo bist du denn jetzt hier nicht um was wenn mal elf fünf ich sehe übrigens auch gerade kaum was von von vom vom Spiel weil das Mikrofon direkt vor sein Gesicht ist ja normalerweise steht das da wo jetzt Susi gerade sitzt was macht der hier also ja so ist fein ne irgendwie nicht aber fast schon what the fuck was ist los mit dem der ist auf Droge ich sag ja das ist wahrscheinlich wirklich also der ich ich vermute mal das Vieh das wird sich bald wieder erleichtern das wir noch nicht sehen guck mal Reis wir haben ganz vergessen Reis anzupflanzen und so weiter ah guck mal Kuro's Hühnerstall wow da ist ne riesen Bombeer da drin war die schon immer drin ja die war schon immer da drin ah guck mal Kies die war schon immer da drin und hier hing doch auch noch ne Banane oder nicht ah ne die Banane hing oben drüber bei uns da ja schon klar ja schon was macht der Augenbrunnen und warum guckst du die ganze Zeit bei mir rüber dann brauchst du ja gar nicht spielen ich hab gar kein Inventar das ist wie Let's Play Kuchen das ist wie Let's Play Kuchen du bist auch so Let's Play Kuchen du mal du sollst Let's Play machen nicht gut können Kuchen kann sich hinterher solche Schüler auch mitnehmen oder lassen die Dinger meint ich genau Bett Drawer Bett Drawer ok und guck mal was da bei den Tischen und Stühlen weil die hab ich ja irgendwie auch nicht na Stuhl halt Bett Chair gib mal ein Chair was schieb ne gib einfach mal nur Bett ein ja hatte ich aber da zeigt er dir nicht doch da ist er Bettzeitkabinett ein Kabinett bauen uns ein Kabinett oder soll ich die mitnehmen äh ja brauchen wir das dort noch Bettzeitkabinett ja alles ich nehm sie jetzt einfach mal mit was wir haben haben wir Stühle ja die Farbe gefällt mir nicht so dass irgendwas sie irgendwie mitnehmen er macht ja sowieso immer prinzipiell ne das was sie nicht sagt ja ja das ist krass ja ihr könnt euch denken manchmal anstrengend für sie was ähm so ich geh jetzt nochmal rüber gucken was wir da noch haben scheiß scheiß Regen schon wieder wussten gibt's doch nicht ich würde ja am liebsten die Stellen irgendwie rausschneiden aber das macht leider zu viel Arbeit muss ich so leider sagen ja weil je nachdem wie das hinterher sich in der Aufnahme anhört muss ich eventuell auch noch die Stellen dann hoch schrauben wo Susi redet ja eventuell und dann noch den Husten ja wobei das wäre dann ein äh die fünf Minuten oder mehr ich bin auch nicht schlimm eigentlich egal äh Wolle habe ich hier eine Wolle wie ja auch wenn's mal reinpasst bei dir bei mir passt gar nichts mehr rein ja dann hast du mir ja dann hätt ich hier was anderes da gelassen wie warte ähm ja ein äh das sehen wir gleich oh mein Gott unser Liebesbett ist hier noch so so haben wir denn hier Steckerblatt brauchen wir uns nicht einmal so hier ist noch ganz viel Holz gedöhnt so aber sonst ist hier nicht mehr gehen wir mal wieder zurück zu dir war ein rotes Klett oder Hilfe noch eins nieder was lass uns schnell hier weg oh nein nieder was wurde getroffen das sehen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal nieder was wurde getroffen m hmm jo was soll ich machen sagt mir ich jungfrau saget mir oh der Blitz war da aber auch ganz nah bei mir mich hat ja letztens sogar fast ein Blitz erwischt hier in der Aufnahme Ja, das hat man dann hinterher gesehen.